und willkommen zurück sind sie denn schon da die sonnen werden ich muss noch eine menge gemüse setzen ich habe schnell gesetzt hoffe wir sollten ja nicht gleich antanzen es läuft wenn wir auch noch kurz ein maulnach nicht dabei trotzdem haben ein lassen da kommen wir gleich wieder haben wir sie jetzt eigentlich schon her gesetzt hierhin nee hat nicht schon sonnenbär nö dann holen wir sie mal rein mag diese wände nicht mag sie einfach nicht können wir sie nicht einfach unklar gestalten nein was geht das fügt sich besser an das fühlt sich besser ein hallo herr sonnenbär könnten sie bitte kommen sie sollten die chance nutzen einfach mal über die ich sag's ja über die tiere schauen nebelpader hab ich keiner mehr ähm hab ich da ein männchen nebelpader ein bisschen träge heute äh königstiger ein königstiger brauche ich denn ein weibchen nehme ich doch zum schlafen das lässt sich ändern ähm bitte zurücksetzen königstiger ich habe eine ganze menge davon ich brauche ein weibchen bist du ein königstiger nein ich glaube immer noch das hängt so schlaf hier nochmal um da hinten die hege so mittel mittel was wo haben wir die sonnenbären jetzt schon mal wieder da müsste da mal ähm für gemüse sorgen was hier fehlt hier fehlt ein handelszentrum das kommt der hier im nächsten an war ja sowieso machen wir ein bisschen gemüse ringsrum weil die holen das jetzt davon ich glaube von da ne von hier ne sind schon da da ich bin doch da ein kleines schwarzes bärchen müll viele gäste günstig ja ja können wir schnell warum hängst du da da zu und so ist ein komodo war an wir haben eine überbelegung wird aber gerne ihr seid im handelszentrum ich würde ich gerne behalten zu klein erst mal ich komme mir zu nix das ist das wenn man so einen gewissen ziel an ihre überschritten hat ja das passt so mal die wildese ich würde mich einfach markieren und sagen das möchte doch einfach nur mal das gehege ausbauen schon so wiesig da hätte ich hier auch mal werden drinnen nehmen wir dich übrigens darum gut was haben wir denn Gelände ist gar nicht mal so gut mehr gras kurz das lässt sich ändern jetzt holt der so ein klettermaterial das ist gut ja alle hätten will ich auch gerne gras haben gehen wir mal wir brauchen noch ein bisschen erde gehen wir mal ein bisschen kleiner und gehen jetzt hier erstmal rum naja fels kriegen wir auch noch ein bisschen hin wo wir noch gras lang etwas ich will doch nur etwas krass lang noch los werden da hin so ja schön wäre es wenn der gras lang eine leicht andere farbe hätte oder gras kurz das ist also ein bisschen besser unterscheidet erde hinzufügt nicht das problem 37 prozent gras lang ich auch mich weg ja das nächste tier wieder irgendwelche problemchen na das kommt die letzten drei prozent die müssen noch zu finden sein hier geht das hier auch mit rein geht das hier auch mit rein oh ja das sogenannte höhlen gras naja oh was wieder ein bisschen erde das ist aber nicht das problem können wir hier rumziehen fertig hätten wir das wir können pflanzen vollhauen hier sehr geil verbräuchte ich nicht mähenwolf abgeschlossen da war es nur noch ein tier und das wird der sonnbeer sein gerät ja ja das fettig höchst so natur was haben wir denn schönes hm 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 ich brauche nee, haben wir nicht hat er diese, hat er diese, doch da die will ich haben machen wir erstmal einmal auf Pause ich brauche jetzt ein bisschen ein bisschen Ruhe ich muss hier Bäume setzen das finde ich schon sehr sehr wichtig das hier ein bisschen in Ruhe machen das hier verkleiden wir auch noch schön man groben hier halt ein bisschen dichter, da gehen wir ein bisschen raus genau, zack das können wir jetzt an Oberfläche ausrichten machen nee, das machen wir rückgängig dass die schön sitzen jetzt da hin die schöne Bebuschung das läuft, zack ja die Lianen wachsen nach oben sehr schön gut, haben wir denn noch irgendwie großflächige einfach auch mal ein bisschen den Slope drehen ne jawohl haben wir hier nicht noch irgendwelche Oberflächen pflanzen fürs Wasser was gibt es denn noch schönes nö nö Hier. Eigentlich noch was Größeres. Naja, das ist schon gut so. Das ist schon gut. Okay, Leute. Und wir sind in der nächsten Folge wieder. Bis denn. Ciao.